Die Takla-Makan-Wüste im Nordwesten Chinas. Das größte zusammenhängende Dünengebiet der Welt. Zwei deutsche Extremsportler erproben im Auftrag chinesischer Reiseunternehmen, was hunderte abenteuerlustige Europäer bald nachahmen sollen. Ohne Wasser hat man hier keine Chance zu überleben, es ist brutal heiß. Es ist wirklich Wahnsinn hier, sich überhaupt zu bewegen. Ich habe schon gemerkt, also Flüssigkeit, Haushalt, das ist an der Grenze und ja, es wird schon was froh, wenn man die Etappe durch hat. Also diese Landschaft hier, das ist ein Multi-Orgasmus für die Seele. Ich fühle mich wie auf einem anderen Planeten. Und dann diese wohlgeformten, ästhetischen Dünenkämmer, die vermitteln auch irgendwie eine Art von Erotik. Also dafür bin ich hergekommen. Um die halbe Welt sind sie gereist, damit sie im Reich der Mitte ihren Job antreten können. Nördlich des Himalaya liegt in einer Senke zwischen den höchsten Gebirgen der Welt, die Taklamakan-Wüste. Ein Ausläufer der Wüste Gobi. Ausgangspunkt für den Wüstentrip ist Orumshi, Hauptstadt der chinesischen Provinz Xinjiang. Schon auf dem Hinflug entlang des mächtigen Himalaya-Massivs ließ sich erahnen, was auf die beiden Deutschen zukommt. Meersand wie am Meer. Orumshi. Kein Kaff am Rande der Wüste, sondern eine Millionenmetropole, die keinen Vergleich mit Frankfurt oder München zu scheuen braucht. Frontstadt des neuen China. In Orumshi dürften inzwischen mehr Menschen Entspannung durchs Handy suchen als beim traditionellen Tai-Chi. Das Zentrum ähnelt westlichen Innenstädten, inklusive Rushhour und Shopping Mall, nur etwas bunter und schriller. Und längst werden Mobiltelefone statt Mao-Bibeln geschwenkt. Letzte Vorbereitungen für das Wüstenabenteuer. Zwei Fahrzeuge werden mit Zelten und Proviant beladen. Dabei wächst die Vorfreude auf den ersten Asia-Imbiss. Hier haben wir den wichtigsten Ausrüstungsgegenstand. Essstäbchen, Einweg-Essstäbchen, wo Packungen vor und Zahnstörer. Alles wichtige Ausrüstungsgegenstände für die Wüste. Das gibt mir große Mühe. Es schafft natürlich nicht so viel. Das Sättigungsgefühl, das tritt sehr spät ein. Also man muss sehr mühlich und voll essen, aber es geht schon langsam. Schließlich ist Wolfgang Kulow ein Mann von Welt. Zusammen mit seinem Kumpel Stefan Schlett hat er unzählige Rennen bestritten. Den Vulkan-Marathon auf der Insel Réunion oder 250 Kilometer durch die Sahara. Er ist Weltrekordhalter im Dauerlauf am Beckengrund und Langstreckenbiker in den Tiefen des Meeres. Kulow schaffte die 5000 Kilometer beim Race Across Amerika, während der Kollege Schlett die berüchtigten holländischen Schlammgräben bezwang. Unbesiegbar, auch für einheimische Matsch-Spezialisten. Nun also China. 600 Kilometer liegen vor ihnen, um den Rand der Wüste zu erreichen. Drei Tage durch Schlaglöcher und Staub. Es geht über Korla nach Kutscha und zum Tarimfluss. Hier soll der Lauf durch die Wüste beginnen. Unterwegs gibt es Gelegenheit, die einheimische Küche zu testen. Chinesische Nudeln, die längsten der Welt. Die Endlos-Spaghettis sind für Kulos Stäbchenkünste der erste Extremtest. Ausdauer führt auch hier zum Erfolg. Die beiden Testläufer werden von einem Tross Helfer begleitet. Außer dem Filmteam sind dabei Chenggu Sheng, der Leiter der Expedition, seine rechte Hand Alfred Tang, Fahrer He-Yuk-Sing, genannt Mao, der große Steuermann, Rambo Tsai, Koch, Träger und Helfer und der holländische Fotograf Franklin Hollander. Nach drei Tagen Fahrt ist der Wüstenrand erreicht. Was reizt deutsche Extremsportler an dieser Gegend? Die Leute suchen immer neue Abenteuer, neue Wege, neue Ziele. Und wer schon vier, fünf Mal im Marathon des Sables gerannt ist und auch die politische Lage ist ja in der Sahara ja auch nicht so stabil, denke ich mal. Und die Chinesen, die machen das hier super. Und ich denke, das hätte schon Chance, hier einen Top-Lauf zu etablieren. Beginn der neu gebauten Wüstenstraße. Das Tor zur Glückseligkeit für Langstreckenläufer. Startpunkt für den Lauf am nächsten Morgen. Bei Sonnenaufgang werden die letzten Vorbereitungen für den ersten Taklamakan-Wüstenlauf vollzogen. Expeditionsleiter Chen und Läufer Kulo besprechen die Startaufstellung. Kein großes Problem bei zwei Teilnehmern. Das historische Ereignis soll würdig begangen werden. Wenn in naher Zukunft massenextremsportlustiger Europäer die Strecke in Angriff nehmen, hat dieser erste Start eine ähnliche Bedeutung wie der Urknall für das Universum. Der erste Schritt ist getan. Nun heißt es, durchhalten bis zum Ende. 250 Kilometer liegen vor ihnen bis zum Zwischenziel in Tazong, einer Ölstadt im Zentrum der Wüste. Sechs Marathons hintereinander auf einem Teerstreifen, umgeben von nichts als Sand. Schon nach den ersten Metern ist es mit der Einsamkeit der Wüste vorbei. Die beiden haben die Straße keineswegs für sich allein. Schließlich wurde sie nicht primär für laufwillige Wüsten durch Quera gebaut. Nach zehn Kilometern die erste Pause. Trotz der Lkw überwiegt die positive Stimmung. Mensch, bin ich froh, dass wir endlich am Laufen sind. Die ganzen wochenlangen Vorbereitungen, das war ein Stress und ein Gerödel. Und jetzt sind wir endlich hier, wo wir sein wollen. Dass Stefan Schlett ein alter Laufprofi ist, offenbaren seine Schuhe. Links und rechts der Spitze klaffen riesige Löcher. Ich laufe seit Jahrzehnten, wenn ich auf der Straße solche Ultralangstrecken bewältige, laufe ich mit aufgeschnittenen Schuhen. Weil die Füße dann viel besser durchlüftet sind. Normalerweise in den geschlossenen Schuhen steht man im eigenen Saft, da kommt keine Luft rein. Erstens und zweitens an der Stelle, wo sie aufgeschnitten sind, kann auch nichts mehr scheuen. Und das ist ja an den Zehen, der Zehenbereich ist der sensibelste, der empfindlichste Bereich von den Füßen. Und von daher, wenn da nichts ist, kann auch nichts mehr scheuen. Und wenn mal Dreck reinkommt, brauchen wir nur einmal mit den Füßen zu schnicken und das ist wieder draußen. Also viel einfacher, als wenn man die Schuhe jetzt ausziehen müsste. Und ich komme also damit erheblich besser zurecht. Erfahrung macht weise. Doch bei aller vorausschauenden Perfektion, es gibt auch Dinge, die der beste Planer nicht beeinflussen kann. Schon bei der nächsten Pause droht die Katastrophe. Das Begleitfahrzeug sitzt fest. Mao, der große Steuermann, hat sich verlinkt. Die chinesischen Betreuer möchten das Auto möglichst schnell frei bekommen, denn gleich werden die beiden Läufer erwartet. Und eigentlich steht ein kräftiges Mittagessen mit anschließendem Nickerchen auf dem Programm. Die Anstrengungen sind nicht mehr. Und nicht vom Erfolg gekrönt. Schon nähern sich die Ruhebedürftigen dem hektischen Geschehen. Wie werden sie das Unglück psychisch verkraften? Fordert die Taklamakan-Wüste schon jetzt ihre ersten Opfer? Bula, bula. Das ist unsere letzte Versorgungskation jetzt hier. Gute Miene zum bösen Spiel im Wüstensand. So ein Unternehmen ist ein ständiges Krisenmanagement. Wenn irgendein Problem auftritt, muss man reagieren. Und das Wasser haben sie schon aufgesetzt da drüben. Müssen wir noch warten, bis es kocht. Die Matten haben sie auch schon ausgelegt. Das funktioniert ja alles ganz hervorragend. Auch der Expeditionsleiter bleibt gelassen. Abwarten und Tee kochen. Inzwischen hat sich die Crew entschlossen, Kulos Rat zu folgen und versucht es in die andere Richtung. So kommt es dann doch noch zum ersehnten Picknick. Doch gleich nach der Pause hat die Taklamakan neue Überraschungen parat. Sie belästigt die Läufer mit einem ausgewachsenen Sandsturm. Unangenehmer als der ständige Lkw-Verkehr. Zum Glück bläst der Wind von hinten. Wenn wir jetzt den Wind von vorne gehabt hätten, sagen wir, wäre nicht nur die Geschwindigkeit nicht so gut, sondern auch der Sand in den Augen. Und der ist sehr, sehr fein. Und das ist natürlich unangenehm. Der Sandsturm macht den beiden Läufern bewusst, dass sie auf der teuersten Straße der Welt laufen. Ständig muss die Fahrbahn von Sanddünen befreit und am Rand befestigt werden. Hat ein Ausbesserungstrupp seine Arbeit in einem Abschnitt beendet, kann er gleich wieder von vorne beginnen. Die Befestigungsmaßnahmen trieben die Kosten für den Bau auf 10 Millionen Euro pro Kilometer. Weltweiter Rekord. Die Arbeiter leben in kargen Camps entlang der Strecke. Monatslohn umgerechnet rund 20 Euro. Meist sind es Wanderarbeiter aus dem Süden. Die Kosten der Straße sind jedoch Peanuts im Vergleich zum Reichtum, den diese Verkehrsader erwirtschaften soll. Schwarzes Gold, vielversprechende Ölfelder sind im Zentrum der Taklamakan entdeckt worden. Genug, um Chinas gigantischen Erdölbedarf zu decken. Das Begleitteam macht sich die Infrastruktur der Ölindustrie zunutze und schlüpft für die Nacht in einem verlassenen Ölarbeitercamp unter. Die komfortable Heimstatt lässt kaum einen Wunsch offen. Bettgestelle aus rostfreiem Stahl, ein Fenster mit Ausblick, wohlige Gemütlichkeit mitten in der Wüste. Das ist absoluter Luxus hier. Wir haben uns schon darauf eingestellt, dass wir da draußen im Zelt schlafen. Was ja normal kein Problem ist, wenn die Wetterbedingungen normal sind, so wie man sich eigentlich in der Wüste erwartet. Bei dem Wind hier ist es natürlich schon unangenehm, weil der Sand überall reinbläst, in jedes Loch und jede Körperöffnung. Und wenn wir hier so etwas haben, das ist mehr wert wie jedes Hotel. Ein Ganzkörperbad beendet den Tag, zur Freude der chinesischen Wächter des Camps. Morgens ist die Wüste am kältesten. Zum Glück hat sich der Wind gelegt und Fahrer Mao kann die Reste des Sandsturms beseitigen. 60, möglichst 70 Laufkilometer sollen heute geschafft werden. Durch den Sturm ist die Gruppe etwas in Rückstand geraten. Doch schon bald verderben neue Verlockungen die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wie eine Fata Morgana taucht aus dem Nichts eine Reisegruppe auf, vornehmlich weiblichen Geschlechts. Die deutschen Helden werden fürs heimische Fotoalbum gebraucht. Auch Stefan Schlätt lässt sich von den Damen bezirzen. Vergessen sind Kilometerpensum und Leistungswillen. Endlich kommen die Autogrammkarten zum Einsatz. Die begeisterten Fans lassen nicht locker und fordern Originalsignaturen. Kulo und Schlätt ernten Ruhm. Die Strapazen haben sich gelohnt. Die Gunst der fremden Feen ist ihnen sicher. Das schafft Kraft für neue Kilometer. Nichts kann besser motivieren als die Bewunderung exotischer Schönheiten. Rund die Hälfte der 250 Kilometer sind geschafft. Und wieder lädt ein Camp zum Verweilen ein. Kulo und Schlätt nehmen die Gastfreundschaft der Arbeiter an. Dauerläufer können nicht dauernd laufen, sondern müssen auch mal schlafen. So genießen sie die noble Unterkunft auf angenehm weichen Betten. Doch der Friede dauert nicht lange. Die Taklamakan zeigt sich von einer ganz anderen, äußerst seltenen Seite. Kulo und Schlätt fühlen sich in eine norddeutsche Küstenlandschaft mit Sauwetter versetzt. Echtes Wüstenfieber will nicht aufkommen. Und eine feuchte Nacht steht ihnen bevor. Auch am nächsten Morgen ist die Taklamakan ungnädig. Himmel und Laune sind getrübt. Englisches Wetter heute. Die Nacht haben sie beim nächsten Arbeitercamp verbracht. Nun ist Frühstück angesagt. Während ihre Gastgeber noch dampfende Nudeln verdrücken, haben sich Schlätt und Kulo schon wieder auf den Weg gemacht. So, als ob sie der Trostlosigkeit der Wüste entfliehen wollten. Doch der Nebel hält sie gefangen. Für dieses Wüstenfeeling hätten sie wahrlich nicht um die halbe Welt reisen müssen. Doch gegen Mittag gestattet ihnen die Taklamakan wieder einen Blick auf ihre wohlgeformten Dünenkämme. Und gegen Abend verspricht es sogar romantisch zu werden. Am Lagerfeuer gibt Alfred Tang heimisches Liedgut zum Besten. Und gegen Abend. Der letzte Tag ist angebrochen. Bis zum Abend soll das 60 Kilometer entfernte Zwischenziel erreicht sein. Anlass für eine Aussprache mit Chen, dem Expeditionsleiter. Zukünftig wird er es nicht mit Zweien, sondern mit Hunderten schräger Extremsportler zu tun haben. Ihr habt mit uns eigentlich noch Glück, weil wir sind sehr umgängliche Menschen. Ich habe ganz andere Leute erlebt. Die sind total aggressiv, die schreien ihre Betreuer an, die werfen ihre Sachen hinter den Sand und so weiter. Die sind nicht mehr zurechnungsfähig, wenn sie unter Belastung sind. Aber das sind die deutsche Sportler ab, nicht? Doch, doch, doch. Wenn wir nachher uns zusammensetzen und mal darüber reden, dass wir dann vielleicht alles mal aufschreiben und dann gucken, was funktionieren kann. Und dass ihr auch nicht zu viele, in der Fahnschule nicht zu hohe Belastung habt. Wo ihr sagt, da kommen jetzt die Deutschen, die Ausländer aus Europa und die machen uns hier nicht nur die Natur kaputt, und auch uns einen Haufen Ärger bereiten. Und so, das tun wir ja auch nicht. Sportler können sehr schwierige Menschen sein. Sie sind auch sehr sensible Menschen. Bis jetzt aber noch nicht. Man muss da immer so ein gewisses Feindgefühl entwickeln und auch einen guten Mittelweg finden. Ich kenne doch also die, genau ich kenne die Deutschen, deshalb kann ich das sehr gut verstehen. Das ist eben, also, das kann man gut verstehen, ja. Und was hat dieser Mammutlauf den Sportlern gebracht? Außer Blasen an den Füßen und Rückenschmerzen? Auf den letzten Kilometern werden Schlett und Kolo philosophisch. Es wird auch alles hier auf ein Minimum reduziert. Man wird also viel bescheidener, wenn man hier in dieser Gegend leben muss. Man ist mit den einfachsten Dingen zufrieden, muss mit den einfachsten Dingen zufrieden sein. Ja, mit einfachen Worten, die Wüste ist schön und brutal. Und man muss das so nehmen für sich, was man da draus ziehen kann. Und jeder Mensch hat ja eine eigene Auffassung. Jetzt ist es brutal, weil wir schwitzen und gehen kaputt. Und heute Abend am Lagerfeuer genießen wir die schöne Atmosphäre. Worte, die ähnlich klingen wie die des Pioniers Sven Hedin, der vor 110 Jahren die Wüste durchquerte. Nur brauchte der vier Wochen, verlor vier Begleiter, alle Kamele bis auf eines und wäre selbst fast verdurstet. Tatschong, ein Nest mitten in der Wüste. Eine Tankstelle, ein paar Restaurants, zwei Bordelle. Anlaufstelle für die Ölbohrer aus den Camps der Umgebung. Für Kulo und Schlett ist dieser charmante Ort Anziehungspunkt und Erlösung. Befreiung vom Laufzwang von Hitze und Staub. In vier Tagen haben sie 250 Kilometer hinter sich gebracht, inklusive Sandsturm, Nebel und Regen. So zeugt ihnen das zufällig anwesende Publikum durchaus ehrlichen Respekt. Halleluja, die erste Hälfte an meinem Kasten. Nicht nur die Männer des Ortes sind zur Gratulation erschienen, auch Lotusblüte und ihre Freundinnen haben sich eingefunden. Schließlich kommen hier nicht alle zwei Tage Langnasen mit derart strammen Schenkeln und Waden vorbei. Doch die Siegesfeier reicht nur für ein paar Fotos. Dann ist schon alles vorbei. Lotusblüte hat neue Wüstendurchquerer entdeckt. Sie kommen nicht zu Fuß daher, sondern im edlen, vielversprechenden Gefährt.